Es sind alle Nachteulen da draußen und können mich sehen, dann können wir jetzt loslegen. Ich habe nämlich so einen Hunger auf was Süßes und ich habe mir rausgesucht Quarkcreme mit Orangen. Wir legen los. Ich muss vorab schon mal sagen, man braucht für dieses Rezept Orangenzesten und ich habe so einen Zestenreißer nicht. Deswegen habe ich die so abgeschält mit dem Sparschäler und habe die kurz hier im Thermomix einmal durchgejagt, dass sie schön klein sind. Wir versuchen es einfach wieder, ob das überhaupt funktioniert. Wir legen los mit 50 Gramm. Ihr hört das schon. Kohle Säure. Säller Wasser. Dann benötigen wir Quark und da werde ich mal einen kleinen Trick jetzt ausprobieren. Denn ich habe hinten mit so einem kleinen Schaschlikpiker, also mal, also hinten mit einem kleinen Schaschlikpiker ein Loch gemacht, weil dann soll der hier wie von alleine rausbleiben. Vielleicht brauche ich ein zweites Loch. Und ein drittes. Oh ja, bei drei. Perfekt. Geiler Tipp. Ich meine, es ist ja eigentlich logisch, aber ich habe davon noch nie was gehört. Quark haben wir drin. 500 Gramm. Dann brauchen wir Vanillezucker. Ein Össlöffel, das ist hier ungefähr noch drin. Und den normalen Zucker, den habe ich hier, das sind 30 Gramm. Dickel drauf. Eine Minute bitte. Wo ist er? Achso, ich habe hier dann schon die Orangenzesten drin, deswegen, haha, mache ich den mal falsch rum. Also, eine Minute bitte auf Stufe 5 verrühren. Mh, jetzt ist das wirklich schon schön vermengt. Ich schiebe das nochmal ein bisschen runter. Mh, riecht schon. Ja, ja. Immer habe ich Angst auf so einen Scheißhunger. Ätzend. Aber es ist ja aus dem Leicht- und Lecker-Kochbuch, also Glück gehabt. Jetzt kommen alle anderen Zutaten hinzu. Und zwar nehmen wir jetzt von Sonniger Aldi, den frisch gepressten Orangensaft. 200 Gramm. Dann 30 Gramm geriebene Orangenschale. Dann benötigen wir einen Esslöffel Zitronensaft. Und 30 Gramm gebrauchsfertige Gelatine. Zum Beispiel Gelatinefix oder Sofortgelatine. Ich habe hier zwei Tüten auf 15 Gramm Gelatinefix. Kommt er jetzt zu? Und jetzt kommt gleich mein Lieblings. Ich hätte fast gesagt, kriege ich meine Lieblingszutat. Gelatinefix. Und zwar. Oh, Arschendiecker. Aber nicht verraten. Den habe ich nämlich immer, wenn wir hier Crêpes machen. Crêpes, dann kommt das da so schön drauf. Da kommen jetzt 30 Gramm rein. Also Orangendiecker ist ja was Tolles. Ah, ich habe jetzt, oh, ich habe 35. Na gut. Das muss ich nicht geschlagen geben. Deckel wieder rauf. Restlichen Zutaten. Oh Gott, echt. Restlichen Zutaten bitte. Anderthalb Minuten Stufe 3. Sehr flüssig. Gut, aber es ist ja das Gelatinefix drin. Ich mache aber trotzdem vorher schon mal ein Bröbchen. Meine Güte, es haut aber rein, sage ich euch. Ich habe mir jetzt hier meine ganz tollen Gläser geholt. Da fülle ich das jetzt so zwei Drittel ein. Und dann wird das Ganze kalt gestellt für zwei Stunden. Und danach mit abgetropften Mandarinen aus der Dose fizzieren. Und dann machen wir den Qualitätscheck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auch über Kommentare. Jegliche Art. Auch die negativen bitte. Ich will keine aufhalten. Schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.